So, was ich hier noch zeigen wollte, ist eben genau diese Schaltung, die wir eben als Signalflussgrafen gerechnet haben. Das ist hier tatsächlich so ein Endverstärker. Sie sehen ihn hier mit zwei Transistoren aufgebaut, wobei das jetzt eben keine Wilkinson-Koppler sind an der Stelle. Es wird hier auch eher darum gehen, dass der eine Transistor die ganz hohen Leistungen verstärkt und der andere für die Grundlast zuständig ist. Also das wäre so ein Peaking Amplifier und einfach so der Bass Amplifier. Das ist so ein Deodo-Hertig-Prinzip, nennt sich das. Ist aber auch egal, darum sollte es gar nicht gehen, denn das können wir in der Vorlesung sowieso nicht in aller Tiefe behandeln. Nur das hier ist eine Endverstärkerstufe. Und hier geht es eben genau auf so einen Zirkulator, wie wir das da eben gesehen haben. Und hier geht es an die Antenne oder was immer da kommt. Und hier an der Stelle geht es auf so einen kleinen Chip hier so, ja, das könnte gut ein Empfänger sein. An der Stelle. So, also das ist eben hier genau so dieser Aufbau in der Form, die wir da eben vorgefunden haben. Der hat also zwei, ja eigentlich, nee hat er nicht. Also, da. Und das Ganze hier unten drunter schön massiv, damit es gekühlt werden kann, ne? Gold? Ja, es ist echtes Gold, genau. Deswegen habe ich das auch aus dem Schrott gekriegt. So, das hier übrigens ist eine Sendeempfangsweiche aus einer Basisstation, schon ein bisschen älter, deswegen auch ein bisschen größer. Fürs UMTS. Und kann auch aufklappen. Sehen Sie, dass da Luft drin verbaut ist, ne? Im Wesentlichen. Der hat tatsächlich, auch das gebe ich gleich noch rum. Der hat tatsächlich zwei RX-Eingänge. Also zwei Empfangseingänge für Antennadiversity zum Empfang und einen TX. Und hier sehen Sie dann eben die, ähm, äh, 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 das, das Duplexfilter hier, den, äh, TX-Zweig, den RX-Zweig und den anderen RX-Zweig. Möchte ja, also hier jetzt verhindern soll, frequenzmäßig, dass die TX-Leistung hier irgendwo im RX-Zweig abhaut, ne? Und der von vornherein eben hier eine Frequenzweiche dran hat. Das ist eine andere Trennung zwischen Sender und Empfänger, nämlich über die Frequenz und nicht, wie beim Zirkulator, über die Richtung. So abgestimmt werden die Dinger hier über solche Schrauben, die man mehr oder weniger reindreht hier. Sie haben das von außen schon gesehen, ja? Also können die alle Hohlleiter-Töpfe sein? Nee, das sind so Resonanztöpfe. Also ja, also ist richtig, ist Hohlleiter, ja? Aber eigentlich geht's um die Resonanztöpfe hier. Ja, wie Sie sich vorstellen können, eine Menge Arbeit, ne? Um das abzugleichen. Dann fangen wir da an. Ja, das lassen wir. So, gut. Damit sind wir dann im Stoff heute. Ich würde sagen, wir machen mit dem Thema Verstärker ein bisschen weiter. So, wenn Sie widersprechen und wollen gerne Übungen sehen, können wir natürlich auch alles machen. So, wo haben wir? HF-Technik. So. So, das Filter haben wir abgeschlossen. Da geht jetzt noch mal einer rum, ein Filter. F5 funktioniert. Dieses Kapitel hier ist wirklich, ja, das ist auch nicht sonderlich gut. Das ist wirklich ganz schnell. Ich möchte nur kurz über ein paar Typen von Transistoren sprechen. Eigentlich ist es Name-Dropping. Mehr ist das wirklich nicht. Auch wenn es nach mehr aussieht mit vielen Formeln und Strukturen, die da aufgebaut sind und so. Aber dazu müssten wir oder müssten Sie auch viel mehr Halbleiter vorwissen haben, dass wir dann in die Tiefe gehen können. Deswegen machen wir das nicht. Es gab mal Zeiten, da habe ich das gemacht. Vielleicht muss ich das Kapitel wirklich mal umändern in Folien. Aber momentan ist es halt noch so. So. Wir müssen über Materialsysteme zunächst mal sprechen. Was Sie bestimmt kennen, sind natürlich Silizium. Bipolar Transistoren und auch Siliziumbasis basierende Feldeffekttransistoren. Also MOSFET oder sowas. Das ist ja so der CMOS. Das ist ja so der Standard-Workhouse der Elektrotechnik. Nur haben die den Nachteil, dass da die Elektronen eine nicht übermäßig hohe Beweglichkeit haben. Also keine große Geschwindigkeit aufnehmen. Und in Halbleitern, also wie Ihnen das in Elektronik erklärt worden ist, in den Halbleitern ist die Durchlaufzeit und damit auch die höchste Frequenz eigentlich bestimmt durch die Geschwindigkeit der Elektronen. Also nicht wie im Kupfer. Wie in Kupferleitung ist ja so, dass das Elektron sich da langsamer bewegt als eine Schnecke. Weil ja ganz viele Elektronen da sind und die im Prinzip so wie beim Gartenschlauch sich gegenseitig weiter schubsen. Im Halbleiter sind ganz wenige Elektronen, die schubsen sich so einzeln nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man das senden darf als HF-Technik-Vorlesung. Aber okay. Die schubsen sich so nicht weiter, sondern der muss tatsächlich so ein einzelnes Elektron von der einen Seite auf die andere durch. Also gibt es eine Flugzeit, wenn Sie so wollen. Und diese Flugzeit hat natürlich mit der Geschwindigkeit der Elektronen zu tun. Und die wollen Sie möglichst hoch haben. Und die ist in Silizium eben begrenzt hoch. Also braucht man Dinge, die da besser sind. Da ist zum Beispiel so drei, fünf Halbleitersysteme. Was geeignet ist, Silizium ist aus der Vierergruppe, also mit vier Elektronen auf der äußeren Schale. Bekanntermaßen und immer vier Siliziumatome finden sich im Kristall mit anderen vier an den Seiten zusammen. Und die teilen sich dann die Elektronen. Im 3,5-System haben Sie welche aus der Dreiergruppe, Aluminium und Gallium. Und aus der Fünfer, Arsen und Phosphor. Und wenn Sie die zusammenbauen, auch zu einem Kristall, dann teilen sich immer so ein Dreier- und so ein Fünferatom die Elektronen. Und es gibt auch wieder einen Halbleiter. Das Tolle an den Dingern sind zwei. Nämlich die Beweglichkeit. Der Elektronen ist deutlich höher und damit die mögliche erreichte Geschwindigkeit der Elektronen. Sie sehen so fragend aus. Ja, ich darf nur drei, fünf Halbleitern doch einen indirekten Band. Umgekehrt, den direkten. Das ist der zweite Grund für drei, fünf Halbleitern. Also der Grund hat aber nichts mit dieser Geschwindigkeit. Doch, das ist auch der Grund für die Geschwindigkeit. Aber wir benutzen in der HF-Technik nur die Geschwindigkeit eigentlich. Ja, weil, ja gut, ich glaube ich nicht. Weil wir nicht, also Sie brauchen den direkten Übergang ja zwingend, wenn Sie irgendwas Leuchtendes bauen wollen. Wenn Sie ein Photon erzeugen wollen. Darum geht es ja bei uns nicht. Also außer wenn wir nochmal später über Laser reden, das ist aber eigentlich erst nächstes Semester. Dann wollen wir das Leuchten auch haben. Darum geht es jetzt hier nicht. Hier geht es nur um die Beweglichkeit. Aber die hat natürlich mit der Bandstruktur und damit auch mit dem direkten oder indirekten Übergang zu tun. So. Durch diese verschiedenen Materialsysteme, die da gemischt werden, kriegen Sie auch mehr Freiheiten im Design. Also Sie können Strukturen anders aufbauen. Sie können Schichten aufbauen mit besonders viel Leitungstränern drin. Dottieratomen drin. Und Schichten mit besonders wenig, wo die Elektronen dann besonders schnell sind. Also im Prinzip Autobahnen für die Elektronen bauen. Und dann gibt es, naja, und das Problem ist nur, diese 3,5-Halbleiter, ja, das habe ich schon in den 90er Jahren gelesen, Artikel 3,5-Halbleiter sind das Material der Zukunft und werden es immer bleiben. Und das ist auch so. Man benutzt sie da, wo man sie benutzen muss, wo man sie vermeiden kann und kostet es, was es wolle fast, dann vermeidet man sie auch. Denn die Siliziumtechnik ist so bekannt und so rausgeknautscht, dass man die viel billiger und viel lieber verwendet als 3,5-Halbleiter. Zumal jetzt auch noch in der Diskussion war, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, dass die EU Arsen verbieten wollte in Handys, womit dann also sich das Thema mit Leuchtdioden und so weiter mehr oder weniger erledigen würde. Also auch diese Materialsysteme sind aus toxischen Gründen auch in der Diskussion. Wobei das sicherlich ein bisschen übertrieben ist, wenn Sie da so eine Leuchtdioden drin haben, das muss nicht unbedingt jetzt tödlich wirken. Gut. Deswegen versucht man natürlich immer mehr und mehr und mehr auch in Silizium und die Grenze von Silizium hochzudrücken, wo man nur kann. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel jetzt eben auch Silizium und Germanium zu mischen und dann mit Strukturen zu arbeiten, mit denen Sie auf Silizium-Germanium-Materialsystemen höhere Frequenzen mit Silizium erreichen, weil Sie eben hier auch eine höhere Elektronenbeweglichkeit haben und auch damit, dass Sie im gleichen System sind, eine sehr gute Integrierbarkeit mit normalen Silizium-Chips. Na gut, dann haben wir die verschiedenen Geschmacksrichtungen hier der Transistoren, nämlich einmal das bipolare System, also NPNPNP und dann gibt es noch einen neuen dazu, den HBT, den hetero-bipolar-Transistor. Und dann gibt es noch die Feldeffekt-Transistoren, die andere Gruppe eben mit den Metall-Halbleiter-Übergängen, also die normalen Feldeffekt-Transistoren mit Metall-Halbleiter-Übergang, Metall-Oxid-Übergang, die MOSFETs. Und daraus als Spezialgruppe die High-Electro-Mobility-Transistoren, die man auch gerne in der HF-Technik besonders für rauscharme Anwendungen verwendet. Gut, grundsätzliche Geometrie, da gehen wir jetzt relativ schnell drüber, die Formeln sparen wir uns ganz. Basis, Emitter, Kollektor, irgendwie hier über P-Material, N, N-Plus-Material, das auf Silizium aufgewachsen ist hier und dann eventuell hier mit Oxidschichten abgedichtet ist, damit da eben nichts mehr passieren kann. Das ist der grundsätzliche Aufbau, den Sie aber aus Elektronik kennen und ich möchte auch nicht viel tiefer in die Materialien reingehen. So. Nee, nix so. Ersatzstabbild dafür aus der HF-Technik heraus jetzt mit wahrscheinlich wesentlich mehr Kapazitäten und Induktivitäten, als Sie das aus der Elektronik kennen. Hier dieser gesteuerten Stromquelle da in der Mitte, über den Emitterstrom gesteuert, dann hier so diese Basis-Zuleitung letztlich als RC-Glieder ausgeführt, die Basis-Bonding, das Emitter-Bonding, im Kollektor hat man sich das gespart, die kapazitiven Übergang und Nebenschluss hier vom Kollektor zum Emitter. All diese Parameter sind angebbar und in den entsprechenden Modellen einsetzt beim SPICE beispielsweise. Hier jetzt mal so ein Beispiel für einen mit einer Grenzfrequenz von 22,7 Gigahertz. Da würden Sie ihn nicht betreiben, sondern deutlich drunter, weil da dran macht er dann schon nichts mehr. Also da ist er dann schon wirkungslos. Deswegen ist das eher ein, also ist kein theoretischer Wert, ist ein praktischer Wert, den gibt es natürlich, aber da betreibt man ihn nicht. Jo, was soll ich dazu sagen, so ist es halt. Jetzt eine hetero-bipolar-Transistor-Struktur, da wird jetzt genutzt, tatsächlich die unterschiedlichen Bandabstände, die man jetzt mit unterschiedlichen Materialsystemen oder Mischungen im Calium-Aluminium-Asenid auch erreichen kann. Die Basis hier in der Mitte, der Emitter, der Kollektor, aufgebaut in unterschiedlichen Materialsystemen, hier auf einem semi-isolierenden Substrat, so schichtweise aufgewachsen. Also nicht rein dotiert, wie man das bei Silizium machen würde, mit Diffusion oder so, sondern tatsächlich epitaktisch aufgewachsen, weil man ja auch nicht nur Atome da reinschießen muss, als Donatoren oder Akzeptoren, sondern, oder rein diffundieren lassen muss, sondern weil man eben wirklich andere Schichten, andere Materialien aufwächst. Was man hier an den Materialsystemen und den Bandstrukturen sieht, da schafft man, und das ist das Ziel, im Prinzip eine hohe Barriere hier für die Löcher an der Basis zum Emitter hin. Und damit kriegt man eine höhere Effizienz des Emitters, nämlich von nahe 1, weil eben keine Löcher mehr dahin abhauen können, obwohl eigentlich die Elektronen dahin sollen. So, das ist der Hauptgrund. Würde man das gleiche Materialsystem verwenden, dann wäre dieses Ding hier sehr viel tiefer, da, und man würde eben noch die Möglichkeit für die Löcher schaffen, da nach links in der Mitte abzuhauen, also zum größeren Teil nach links abzuhauen. Und das unterbindet man eben durch diese höhere Barriere, indem man hier ein etwas anderes System, nämlich da Galliumasenit nimmt, und hier ein anderes Mischungsverhältnis zwischen Gallium und Aluminium nimmt. Also Arsen ist immer mit dran. Ich suche gerade einen Laserpointer, aber ich glaube, es hat keinen Zweck. Ich finde ihn nicht. Also da sehen Sie, ich weiß gar nicht, ob man das auf einem Video ganz gut sieht. Okay, die Basisdicke, das ist die Basisdicke, oder die Länge der Basisstrecke, macht ja letztlich die Geschwindigkeit des Transistors aus. Weil das ist ja die Zeit, die tatsächlich so ein Elektronen vom Kollektor zum Emitter braucht, was da denn eben durch die Basis durchfliegt. Und das möchte man entsprechend klein haben, damit es schneller wird. Und je kleiner das dann wird, desto schlimmer wird eben diese Effizienzprobleme an der Stelle. Okay, ist auch schon 10 Jahre alt. Also maximale Frequenz für die Oszillation hat man hier erreicht, 604 Gigahertz. Mit Indium-Phosphate, Indium-Gallium-Asenid. Okay, den wollte ich Ihnen nur kurz, ich sage, es ist mehr Name-Dropping hier dieses Kapitel, als dass es hier um tatsächlich Ausrechnen von solchen Strukturen geht. Feld-Effekt-Transistoren, der übliche Aufbau, Gate und dazwischen Source und Drain. Und je nachdem, wie diese Verarmungszone hier jetzt ausgebildet wird, über die Spannung am Gate, wird das Ding eben leitend oder nicht leitend oder mehr oder weniger leitend. Das Versatzstaltbild hier, das sollten Sie eigentlich auch kennen, Widerstand am Gate, die kapazitiven Schlüsse hier, die spannungsgesteuerte Spannungsquelle an der Stelle. Ne, spannungsgesteuerte Stromquelle an der Stelle. Jo. Auf die einzelnen Elemente gehen wir jetzt nicht ein. Das Ersatzstilbild hatten wir hier unten, ne, haben wir hier ja schon gesehen. Nur auf eine Frequenzgrenze brauchen wir aber auch nicht machen. Eben so ein Name-Dropping hier, der High-Electron-Mobility-Transistor. Und auf den, ja, gehe ich so ein bisschen mehr ein, weil man den eben tatsächlich für hohe Frequenzen im kleinen Leistungsbereich sehr, sehr gerne verwendet. Also sprich als Eingangsverstärker. So, was ist der Aufbau? Der Aufbau ist genau so wie sonst auch mit der Gate-Zone. Nur, dass man hier ist noch so ein isotopes Deilium-Asenid hat. Also ein nicht dotiertes hier. Nicht dotiert, also keine Donatoren mit drin. Heißt letztlich, dass es auch wenig Störstellen in dem Kristall gibt. Heißt, dass die Elektronenbeweglichkeit da besonders hoch ist. So, und damit schafft man sich jetzt hier so einen kleinen Kanal an der Stelle da, in den sich die Elektronen dann eben reinfinden und wo sie besonders schnell werden können. Also im Prinzip so eine Art Autobahn, ne? Und das ist der Trick an dem Ding. So, es gibt auch keine Störstellen, deswegen gibt es da auch keine Streuung, also ist das Rauschen auch gering. Morphic Hems hier. Ich bin das ein bisschen besser. Da hat man diese Pufferschicht, dann gibt es diese undotierte Schicht und das ist hier der eigentliche, das ist das Gate aus Haus und Drain und angeschlossen über hier stark, leitend, ja doch N plus dotierte Gallium-Asenid-Schichten, Aluminium-Gallium-Asenid hier an der Stelle und da bildet sich jetzt, soll sich jetzt der Kanal ausbilden, also im Prinzip wird das hier weggesperrt und dann ist das der Flugweg, der schnelle Flugweg für die Elektronen. Anwendung eben, kleine Rauschzahl bei wirklich hohen Frequenzen, mit Transitfrequenzen bis zu 170 Gigahertz, also da verstärkt er dann eben nicht mehr, aber dämpft auch noch nicht. Vor allen Dingen eben bei hohen Frequenzen während hier so ein Gallium-Asenid-Feldeffekt-Transistor, also ohne diese Schicht da drin, dann bei 60 Gigahertz schon 4 dB Rauschzahl hat. Wobei das auch immer zeitliche Größen sind, also die können Sie jetzt nicht in 10 Jahren noch verwenden oder so, das kann sein, das ist doch nicht mehr stimmt. Okay, so, das war jetzt das über Transistoren. Wie gesagt, Name-Dropping. Und da werden wir gleich auch noch ein bisschen praktischer werden und mit Kyux weiterarbeiten. Verstärkerentwurf. So, was möchte ich Ihnen beibringen? So ein bisschen was, also das erste Mal, was meint man eigentlich, wenn man über Gewinn spricht? Und was kann man da alles meinen, wenn man über Gewinn spricht? Oder Verstärkungsfaktor letztlich spricht? Design Fundamentals. Ganz wesentliche Größen hier, Stabilität, da werden wir ein bisschen drauf rumreiten, weil Stabilität natürlich für den Verstärker wichtig ist. Ist der Verstärker nicht stabil, können Sie ihn wegschmeißen, sofort. Gewinn, Rauschen, Effizienz, Linearität und so was. Das kommt aber erst alles ein bisschen später, diese Begriffe. S-Parameter, die S-Parameter-Darstellung von solchen Transistoren, auch da steigen wir ein bisschen ein und werden das Ganze dann eben auch praktisch mit Kyux machen. Alles andere halte ich für nicht mehr so richtig sinnvoll. Außerdem macht es mir Spaß. So, ein paar Design Goals mögen nicht alle sein. Was möchte man haben? Eine hohe maximale vielleicht Leistungsverstärkung bei relativ niedriger Verbrauch von Batterieleistung, von gleich zugeführter Leistung. Idealerweise natürlich 100%. Also, was Sie beim Handy aus der Batterie rausziehen, soll so 100% an HF-Leistung gehen. Das wird nicht gehen, das ist logisch, aber das Ziel wäre schon gegeben. Warum eigentlich? Also ja zum einen mal um Batterieleistung zu sparen, aber auch wenn es nicht nur um batteriebetriebene Dinge geht, sondern auch um Basisstationen beispielsweise oder irgendwelche anderen Endverstärker, dann geht es letztlich darum, dass alles das, was nicht als HF rausgeht, Wärme ist und abgeführt werden muss. Was dann hingeht bis zu Klimaanlagen, also ein Kram. Das kostet alles Geld. Also alles das, was Sie da nicht in HF-Leistung umsetzen, das kostet Geld. Und deswegen möchte man das nicht unbedingt. Auch im Automotive-Bereich ist das natürlich ein Thema. Wenn jedes Milliampere da irgendwie gefeilscht wird, dass aus der Batterie gezogen wird, das ist glaube ich mittlerweile so, dann spielt das sogar bei Vorverstärkern, bei Empfangsverstärkern eine Rolle und nicht nur bei Endverstärkern. So, kleines Rauschen, vor allen Dingen bei der Empfangsstufe, da wo Sie sowieso hohe Leistungen haben, so hohe Signalrauschabstände, spielt es keine Rolle, ob Sie das jetzt um ein paar Faktoren verschlechtern. Aber da wo es auf jedes dB ankommt, dann schon. Stabilität ist nicht diskutierbar. Der Verstärker darf an keiner Frequenz schwingen. Das darf nicht sein, sonst können Sie ihn wegschmeißen. Eventuell kleine Eingangs- und Ausgangsreflexionen, möglichst angepasste oder gleichförmige Verstärkung über dem gesamten Band, auch Gruppenlaufzeiten oder lineare Phase über dem gesamten Band, das Sie betrachten, damit Sie keine Verzerrung, gerade bei komplexen Modulationsformen, keine Verzerrung der Konstellationen oder sowas bekommen. Und das ganze Ding soll natürlich auch einigermaßen unempfindlich gegenüber Drift in den S-Parametern sein. Also wenn jetzt immer der Halblätterhersteller da seine Charge ändert oder die Temperatur des Autos sich ändert oder so, gerade im Automotive-Bereich oder auch bei Basisstationen, die auf dem Dach sich befinden, ist das ein Thema, die müssen halt funktionieren von minus 20 bis plus 60, 70, 80 Grad Celsius. Und das ist ein weiter Temperaturbereich und da soll eben, na gut, die müssen vielleicht nicht in allen Bereichen die gleiche Performance haben, aber kaputt gehen sollen sie nicht und irgendwas machen sollen sie immer noch. So, und da mag noch mehr sein. So, wie sieht so ein Verstärker aus? Also grundsätzliche Struktur. Das ist eigentlich eine Kette von zwei Toren. So können Sie ihn betrachten. In der Mitte steht der Transistor. Dargestellt durch seine S-Parameter. Also rein lineare Betrachtung. Der hat eine Vorspannung gekriegt. Da ist eine Gate-Source-Drain-Source-Spannung angelegt worden. Da gibt es einen Drain-Strom. Und das war es eigentlich. Und das bestimmt ja den Arbeitspunkt. Und daraus resultieren die S-Parameter. Und für diesen Arbeitspunkt sind die dann eben aufgenommen worden, ausgemessen worden, in der Regel vom Hersteller bereitgestellt. Also können wir den als linearen Block hier betrachten. Und dann müssen wir nur noch die Anpassnetzwerke auf beiden Seiten entsprechend designen, damit der hier zum Beispiel auf 50 Ohm an beiden Seiten angepasst ist. Aber das könnte ja auch eine Antenne sein direkt oder ein anderer Verstärkerstufe oder so. Dann steht hier eben anderer Wert. Aber es bleibt dabei, weil Sie müssen eben das passende Anpassnetzwerk herausfinden. Dafür. So, das hatten wir alles gemacht. Das wäre jetzt Wiederholung. Ich glaube, das ist so frisch, dass wir es nicht nochmal machen müssen, was die S-Parameter eigentlich bedeuten. Deswegen steigen wir gleich ein in die Stabilität. So, es ist eigentlich wirklich einfach, aber man muss es wirklich auch verinnerlicht haben. Es ist sehr einfach. So ein Verstärker muss an allen Frequenzen stabil sein und nicht nur in dem Band, in dem Sie es betreiben wollen. Stellen wir uns vor, Sie haben einen GSM-Endverstärker gebaut, bei ca. 900 MHz. Funktioniert der oder soll der funktionieren? Das blöde Ding schwingt nur leider im DAB-Band bei 200 und ein paar MHz. Dann ist der nicht gebrauchbar oder nicht verkaufbar. Denn aus zwei Gründen. Zum einen hat er nicht die notwendige Performance im GSM-Band. Da, wo er es eigentlich haben sollte, da kommt natürlich nicht die Leistung raus, weil die Leistung ja gesetzlich verboten ins DAB-Band geht. So, und von daher muss man eben Stabilität immer über den gesamten, wirklich gesamten Frequenzbereich betrachten. Es ist in der Regel bei den niedrigen Frequenzen, weil da die Halbleiter ein bisschen kräftiger sind, in der Regel ist es bei den niedrigen Frequenzen kritischer als bei den hohen, aber im Prinzip müssen Sie so einen Verstärker, den Sie da gebaut haben, bis zur Grenzfrequenz des Transistors betrachten, ob er da auch stabil ist. Also darüber, wo der Transistor eh nicht mehr verstärken kann, natürlich nicht, weil notwendige Bedingungen für Schwingen und für Nichtstabilität, also Schwingneigung, ist natürlich, dass er verstärkt. Wenn er das nicht mehr tut, dann ist er eh tot. Also da wollen wir mal nicht gucken. Aber bei allem drunter müssen Sie darauf achten. So, und der ganze Grund ist eigentlich unser blödes S1,2. Also das, was wir da in den S-Parametern da steht es hier, das, was eigentlich den Ausgang mit dem Eingang wieder verbindet über Rückkopplung. Wäre das nicht da, wäre der Verstärker stabil und wir bräuchten uns über nichts mehr zu unterhalten. Wenn wir das Design richtig machen, wenn wir natürlich im Design noch irgendwelche Verkopplung zwischen Ausgang und Eingang machen, dann wieder nicht. Aber innerent bei Halbleitern ist das eben nicht Null. Das ist eben einfach da, dummerweise. So, weil das so wichtig ist, gibt es jetzt noch ein paar Stabilitätskriterien und die kann man alle ableiten aus den S-Parametern. Und es gibt zwei Geschmacksrichtungen der Stabilität. Auch das ist Name-Dropping, aber diese Vokabeln müssen Sie wirklich beherrschen. Es gibt die absolute Stabilität, die unbedingte Stabilität auf Deutsch und die bedingte Stabilität, die unbedingte Stabilität heißt, dass Sie an die Abschlusswiderstände keine Bedingungen stellen müssen. Deswegen unbedingt. Absolut, weil Sie können machen, was Sie wollen. Es ist absolut stabil. Eine Einschränkung, es müssen passive Anschlüsse sein. Also Sie kriegen natürlich alles instabil, wenn Sie da was Aktives dran packen. Das ist aber ja unfair. So, also, solange Sie, egal was, zwischen Leerlauf und Kurzschluss und reiner Induktivität und 50 Ohm und so, alles anschließen können und das Ding zeigt keine Schwingneigung, dann ist es unbedingt oder absolut stabil. Wenn Sie aber Bedingungen an die Eingangs- oder Ausgangsimpedanz stellen müssen, also Sie sagen, darf halt alles sein, nur kein Leerlauf, zum Beispiel, also so einfach ist das nicht, oder es darf alles, es darf zwar kapazitiv sein, aber niemals induktiv, das was da am Ausgang angeschlossen wird, dann stellen Sie Bedingungen an die Impedanz und damit ist es nur noch bedingt stabil, das Ding. Andersrum, würden Sie eben jetzt ein Ding, das bei kapazitiven Abschlüssen stabil ist, was Induktives anschließen, dann würde es zur Schwingeneigung kommen. So, da malt man sich, nee, da rechnet man sich das Ganze erstmal aus, über die S-Parameter hier und definiert sich hier die Bedingungen mathematisch, das was ich eben so aus dem Ärmel geschüttelt habe, man rechnet sich, meinetwegen mit Signalflussgrafen oder anders, die Eingangsreflexion aus und die Ausgangsreflexion aus, das sind dann eben diese Werte hier, wobei eben das hier letztlich dieses Gamma S und das Gamma L nichts weiter ist als ZS und ZL nur in anderer Form. Also immer bezogen auch auf ein Z0, nicht auf das, was da wirklich als Eingangsimpedanz ist, sondern bezogen auf unsere Normimpedanz, Z0. In der Regel eben 50 Ohm. Okay, so, wenn wir das haben, dann müssen wir fordern, können wir fordern, Stabilität ist gegeben, wenn Gamma in Betrag kleiner als 1 ist. Also eben nicht wie Mars, das verbrauchte Energie sofort zurückgibt, sondern eben wie im richtigen Leben, es kommt weniger hier zurück, als Sie reingeschubst haben. Das ist eine Bedingung für Stabilität und die andere ist eben, das muss auf dieser Seite auch so sein. Denn wenn das nicht so wäre, dann könnten Sie ja hier eine Schleifenverstärkung Größe 1 aufbauen und dann könnte es zur Schwingung kommen. Okay, das bedeutet aber, dass die Bedingung aus dieser hier, aus Gamma in Betrag kleiner als 1, können Sie die Bedingung an Gamma L stellen, die sich so zeigt. Einfach nur das da, da reingesetzt, ne? Fertig. Und dasselbe können Sie für die andere Seite auch machen. So, jetzt kann man zeigen, also Mann heißt, dass wir das jetzt nicht unbedingt machen. Man kann jetzt zeigen, dass diese Bedingung auf gleich 1 gesetzt hier, also wenn ich hier sage, wo ist genau die Grenze zur Stabilität, dann kann ich ableiten, dass all diese Punkte, die genau der Grenze zur Stabilität entsprechen, auf einem Kreis im Smith-Diagramm liegen. Okay, sind sowieso genug Kreise im Smith-Diagramm, können wir halt nur einen dazu zeichnen, ne? Der liegt dann zwar ein bisschen schräg drin, aber okay. So, und zwar hat er den Mittelpunkt hier und den Radius da und das ist die Determinante der S-Parameter-Matrix. Okay, muss man sich nicht merken, wir werden uns das ausrechnen lassen über KUX oder Sie kriegen es für eine Klausur oder so dann gegeben. Also da ist dann der Kreis schon da, da gebe ich Ihnen nicht die S-Parameter und sage nur rechne mal aus. Habe ich zumindest noch nie gemacht. Na gut, und dann gibt es vier Fälle, die man da unterscheiden kann. und da mache ich mal ein bisschen größer. Erstmal glaube ich, zumindest ging es mir so, musste ich mich erst mal orientieren, was denn hier eigentlich gemeint ist. Also das hier ist das Smith-Diagramm. Ne? Also, meisten haben es wahrscheinlich erkannt, aber ich sage es nochmal ganz klar, damit da jetzt nicht einer irgendwie sich verläuft. So, alle passiven Elemente liegen innerhalb dieses Kreises. ist auch bekannt, ne? So, weil das eben der Kreis mit Reflexionsfaktor gleich 1 ist, alles was nicht passiv ist, würde außerhalb liegen. So, wenn ich jetzt diesen Kreis male für die Stabilität, muss ich gar nicht mehr überlegen, schneidet er das Smith-Diagramm oder schneidet er es nicht? Wenn er es nicht schneidet, wenn er es nicht schneidet, so wie hier, dann muss ich an die Abschlüsse keine Bedingung stellen, weil alle zu Stabilität führen. Ich muss mich noch entscheiden, was ist jetzt der stabile, was ist der instabile Bereich? Ich gehe mal davon aus, der graue Bereich hier jeweils ist der instabile Bereich. Aber wie das funktioniert, sage ich gleich auch noch. Also, hier schneidet es nicht, ich muss keine Bedingung an die Abschlüsse, an die Impedanzen stellen. Hier schneidet es sehr wohl, hier muss sich Bedingungen daran stellen, nämlich zum Beispiel die, dass eben diese induktiven Bereiche hier nicht angeschlossen werden dürfen, sonst fängt das Ding an zu schwingen. Ich dürfte aber einen Kurzschluss anschließen, zum Beispiel. Okay, ich gehe hier immer davon aus, dass S1,1 Betrag kleiner als S1 ist. Das macht Sinn, denn das ist in der Regel so. Es ist nicht zwingend so und nicht bei allen so, aber meist. Und für uns immer. Ich wollte nur einschränkend sagen, es kann auch mal anders werden, dass Sie da solche pathologischen Fälle finden. So, wenn jetzt S1,1 Betrag kleiner als 1 ist, dann muss 50 Ohm angeschlossen mit Reflexionsfaktor 0 auch stabil sein. Weil nämlich, genau, da kann man es hier sehen, wenn jetzt Gamma L hier 0 ist, weil 50 Ohm angeschlossen, und S1,1 Betrag kleiner als 1, dann ist automatisch eben das Gamma in kleiner als 1. Das ergibt sich sofort aus dieser Formel. So, also kann ich letztlich testen, könnte ich mich letztlich fragen, was ist S1,1 Betrag kleiner als 1, also muss der 50 Ohm Punkt stabil sein. Und dann kann ich im Prinzip von dem ausgehen und kann mir überlegen, ja, wenn der stabil ist, dann muss der daneben auch stabil sein und der daneben auch und der daneben auch und der daneben auch und da kommt jetzt die Grenze. Und an dieser Grenze schwappe ich jetzt in den nicht stabilen Bereich rein. So, wenn ich da rübergehe, dann bin ich im nicht stabilen Bereich, das ist der hier. Ja gut, dann gibt es eben die Möglichkeit, so wie hier, dass der Stabilitätskreis komplett außerhalb von dem, also, dass der Stabilitätskreis den Ursprung des Smith-Diagramms nicht einschließt. So, wie hier, also die Ursprung des Smith-Diagramms liegt außerhalb des Stabilitätskreises, dann ist das Innere dieses Kreises hier nicht stabil, weil hier das Äußere stabil ist. Anders, wenn der Stabilitätskreis jetzt hier den Ursprung mit einschließt, so wie hier, dann ist das Innere des Kreises stabil. Das ist eigentlich jetzt die Entscheidung, ne? So, und hier haben wir dasselbe nochmal, nur hier für die unbedingte Stabilität, also auch hier, der Smith-Diagramm schließt, Quatsch, der Stabilitätskreis schließt den ursprünglichen Smith-Diagramm nicht ein, dann ist alles hier stabil und hier schließt das ein, dann ist alles hier stabil und ist das Innere des Stabilitätskreises stabil. So, konnten Sie sich da orientieren in dem Diagramm? Sehr schön. Das Ganze steht da ja auch nochmal in Text, ne? Man kann jetzt aus den S-Parametern ein Stabilitätskriterium ableiten, das ist so ein Wert K. Also auch das lässt sich über mathematische Umformungen zeigen, dass wenn dieses K, das sich so zusammensetzt, wie es da steht, wenn das größer als 1 ist, dann ist ein Element unbedingt stabil. Die Erleitung zeige ich Ihnen nicht, gebe Ihnen das Ergebnis an, wir werden auch im Prinzip nur damit arbeiten. Wenn das nicht so ist, das heißt also, wenn Sie jetzt mit dem Transistor arbeiten, dann können Sie erst mal checken, wie groß ist K. Wenn K überall größer als 1 ist, ist der Drops gelutscht, dann wird das Ding nicht schwingen, weil es überall unbedingt stabil ist. So, wenn aber nicht, müssen Sie daran arbeiten, dass Sie mit Ihren Abschlüssen es dahin kriegen. Ja, das ist der Punkt. Jetzt werden wir natürlich versucht zu sagen, so naja, dann bauen wir doch nur noch Transistoren und geben wir hier den Broadcoms und Infineons und Intels und so weiter, dieser Welt, geben wir denen doch die Aufgabe, nur noch Transistoren zu bauen, die K-Größe 1 haben. Überall. Das sind nur dummerweise lahme Enten. Das ist so, wie wenn Sie Porsche fahren, dann ist das Auto halt schnell und damit ist das auch ein bisschen gefährlicher als irgendwie so ein Twingo oder so. Genauso ist das. Man könnte ja, also das umgesetzt würde ja heißen, wir erlauben nur noch Autos, die ganz langsam beschleunigen oder so. Das ist halt der halbe Spaß. So, und hier bei den, in der Elektronik heißt das natürlich, manche Sachen wären gar nicht realisierbar mit Bauelementen, die überall unbedingt stabil sind. Sie müssen also das in Kauf nehmen und müssen halt damit umgehen. Das ist der Punkt. Das machen Sie mit der äußeren Beschaltung. Und um die geht es ja letztlich hier, wir machen ja keine Transistordesign. Okay, so, das packen wir mal erstmal so auf den mentalen Stack, bevor wir da jetzt gleich irgendwie mit Kix und so weiter rummachen und gucken uns noch das Thema Leistungsgewinn an. Okay, so, wir haben wieder unseren prototypischen Verstärker hier. Eingangsanpassnetzwerk, Ausgangsanpassnetzwerk und dazwischen das aktive Element. Hier in etwas bunter gemacht. Ich könnte das auch in einem Bild da auch mal umstellen. Okay, und jetzt gibt es drei Geschmacksrichtungen des Gewinns, also mindestens drei, wahrscheinlich gibt es noch mehr. Oder es gibt noch mehr. Man könnte natürlich erst einmal sagen, okay, der Gewinn ist die Leistung, die an die Last geht, bezogen auf die Eingangsleistung, die in den Verstärker reingeht. Klingt sinnvoll, ne? Ist aber schlecht. Warum? Ja, warum? Genau, genau, das ist der Punkt. Wenn ich hier jetzt irgendwie ein ziemlich mies angepasstes Teil habe, dann nimmt er halt nur ein Prozent der Leistung an. Das ist jetzt nicht gesponnen, das kann passieren. Oder meinetwegen nur zehn Prozent der Leistung an, die er annehmen könnte, wenn er in die Richtung angepasst wäre. So, nehmen wir mal an, er nimmt nur diese zehn Prozent und verstärkt ihn mit dem Faktor zehn. Dann macht er, er hat einen Verstärkungsfaktor zehn, das klingt erstmal gut, aber eigentlich hat er nichts geschafft. Weil das hätte ich auch, hätte ich das Ding weggelassen und einfach nur die Anpassung zwischen Eingang und Ausgang gut gemacht, hätte ich das gleiche erreicht. Nämlich 100 Prozent Leistung rübergekriegt. So, Punkt. Also gut, 100 Prozent kriege ich nicht ganz rüber, aber ganz schön viel rüber. Also kann man machen, kommt ein großer Wert heraus, ist nicht so sinnvoll, weil es eben genau diese Eingangsstufe hier außer Acht lässt. So, also könnte ich natürlich auch noch nehmen, hier Leistung, die an die Last geht, bezogen auf das, was die Quelle geben könnte, also was da eben rauskommen könnte. Das ist irgendwie fairer, weil dann muss ich nämlich schon fordern, so gut, ich muss das Anpassnetzwerk schon richtig auslegen, nur dann zählt es. Und wenn ich das eingepasste Netzwerk richtig ausgelegt habe, dann würde ich auch diesen Gewinn wirklich erreichen, auch dann als Leistungsgewinn, weil dann wäre es ja das, was in die, wären diese beiden Werte ja gleich, wenn ich es richtig ausgelegt habe. Wenn ich da Mist baue, dann ist eben der Eingang in den Verstärker kleiner als das, was ich kriegen könnte, wenn ich es richtig machen würde. Na gut, dann haben wir noch die verfügbare Leistung, die nicht immer existiert, weil nicht immer alle Abschlüsse möglich sind. Wenn ich also jetzt auch noch gucke, was kann das Ding denn maximal an die Last liefern, wenn ich auch noch das hier ideal auslege. Also wenn ich das jetzt noch mit ein, das Ausgangs-Anpassnetzwerk noch mit einbeziehe und da sage, das muss ich auch noch ideal auslegen, sodass ich eben hier die verfügbare Leistung an die Last auch wirklich kriege. So, das sind drei Geschmacksrichtungen, die ich mir angucken möchte. Da steigen wir jetzt ein bisschen in die Berechnungen ein. Das können Sie alles, wenn Sie mögen, nochmal nachvollziehen, mit oder ohne Signalfluss-Graphen. Ich gehe jetzt relativ schnell drüber und rechne eigentlich hier das B2 aus, denn das ist ja das, was mich interessiert, was hinten rauskommt. und habe dann eben Eingangsreflektionsfaktor und Ausgangsreflektionsfaktor, der hier gegeben ist. Das ist derselbe, wie vorne steht, auch wenn er ein bisschen anders aussieht und kriege das B2 eben raus hier, das aber aufgrund der Reflektion des S22-Parameters hier ja noch die Schleifenverstärkung hat und das eben dann letztlich so aussieht. Gut. So, ich zoome rein in den Eingang. Hier betrachte mir den, was ist die Leistung, die reingeht in den Verstärker. Das ist ja das, was ihm angeboten wird, minus das, was er wieder zurückschiebt. Nichts weiter ist das hier. Das aufgelöst ergibt eben jenes und dasselbe nochmal am Ausgang. Was geht eigentlich raus aus dem Verstärker? Das ist ja das, was eben wirklich rausgeht. Das ist B2 minus das, was eben dann wieder zurückreflektiert wird von der Last, von der nicht gut angepassten Last. Ergibt sich eben hier raus. Und dann habe ich hier mit Signalflussgrafen nochmal das Ding aufgebaut, sodass die Leistung an der Last sich eben hier so aus den S-Parameter und der Anpassung ergibt. Wenn das das A1 ist. Das A1 ist ja das, was eben wirklich reingeht. Ne, das ist eben nicht das, was reingeht, sondern das ist das, was angeboten wird. Das, was reingeht, ist das. Deswegen taucht jetzt eben gleich im Nenner auch noch dieses Gamma in hier als der Faktor auf. Okay, also P an der Last minus P am Eingang ergibt eben diesen Faktor und Sie sehen, wenn der Eingangsreflektionsfaktor hier schlecht ist, also wenn der hier in A1 geht, dann geht das hier hoch, ohne dass irgendwas geleistet wird. Super Sache das. Die andere Frage ist eben, wie viel besser ist so ein Verstärker als eben gleich eine passive Anpassung. Also als wenn ich die Eingangsanpassung oder die Anpassung an den Last gleich gut machen würde und gleich die verfügbare Leistung aus der Quelle rausziehe. So, die verfügbare Leistung hier aus der Quelle ist hier gegeben. Ich fordere nämlich, dass ich, oder ich kriege die verfügbare Leistung dann, wenn Gamma in gleich Gamma S Stern ist. Das ist nichts anderes als konjugend komplexe Anpassung. Das kann man umrechnen. Habe ich hier bislang noch nicht gemacht. Das kennen Sie auch schon aus Grundlagen-Elektro-Technik 2, wo wir es mal einmal kurz gemacht haben, wo nämlich rauskam, Sie kriegen Leistungsanpassung oder maximale Leistung in eine Last rein, wenn die beiden, also die Quellenimpedanz und die Lastenimpedanz so hoch ist es in diesem Fall, wenn die konjugend komplex zueinander sind. Also Realteile gleich, das war schon im Gleichspannungsfall so und dann die die immer irgendwie Nährteile heben sich gerade auf. So, dann ist die verfügbare Leistung nicht A1 Betragsquadrat, sondern Sie haben immer noch was, was hier zurückreflektiert wird. Das ergibt sich jetzt aber durch 1 minus Gamma S Betragsquadrat. Das ist die Reflexion der Source, der Quelle. Man kann sich das so vorstellen, dass die Last hier nicht einfach in 50 Ohm oder sowas reingeht, sondern dass sie immer und immer und immer wieder hier nochmal angeboten wird, bis sie dann eben endlich vom Verstärkereingang akzeptiert wird. Das ist so die kleinen Fritzchen-Vorstellung bei der Geschichte. Okay, wenn Sie das hier sauber einsetzen, dann kommen Sie darauf, dass die Eingangsleistung, die verfügbare Leistung, mal dieser Term ist, der jetzt hier nur noch besteht aus den Gammas, die aber ja hier sich auch speisen aus den S-Parametern. Gamma in und so weiter. oder berechnen aus den S-Parametern. Okay, das alles ins Verhältnis gesetzt. Dann sind wir bei diesem Ausdruck hier, der jetzt schon ein bisschen länger wird. Und wenn wir jetzt noch rangehen und das vereinfachen, wir haben hier das Problem, dass hier dieses Gamma in und so weiter durchaus komplexer Ausdruck ist. Also komplex nicht im Sinne von komplexe Zahl, sondern im Sinne von da steckt schon eine Menge drin. Wenn wir das weghaben wollen, machen wir zunächst mal hier S1,2 setzen wir auf ungefähr 0, also machen die Rückkopplung 0. Das werden wir gleich auch mal ausprobieren. Dann ist Gamma in gleich S1,1, weil ja die Rückkopplung fehlt. Also fällt dieser ganze größere Term hinten weg. Und dann können Sie richtig schön diesen Verstärkungsfaktor aufteilen in einen Beitrag des Eingangsanpassnetzwerkes, einen Beitrag des Ausgangsanpassnetzwerkes und die Transmission vom verstärkten Element S2,1. Das können Sie wunderbar auseinandernehmen. Und die Rückkopplung, die hier noch in der Kamera insteckt, ist einfach rausgeflogen. Okay, den maximalen Gewinn, den man aus einem unbedingten Verstärkung, Transistor rausziehen kann, können Sie eben angeben, als Gmax ist gleich S2,1 durch S1,2 mal dieser Wert hier. Lassen Sie jetzt mal K gleich 1 werden, was ja die Grenze zur bedingten Stabilität ist. Dann ist das hier weg und das bleibt. Und dann ist die maximale Verstärkung, die Sie rauskriegen können, eben nicht S2,1 einfach nur, was man sich ja vorstellen könnte, was die Vorwärtstranspension ist, sondern S2,1 durch S1,2. Also deutlich Faktoren mehr. Und das nennt man eben auch hier so den Daumenwert für die Verstärkung, also Figure of Merit Gain. Okay, so, damit bin ich durch die Verstärker zunächst mal durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Kux rein. Aber dazu mache ich, es macht keinen Sinn, das mit Kamera zu machen.